Du möchtest wissen, was Frauen antörnt, beziehungsweise du willst wissen, welche Stellschrauben man drehen kann, damit die Frauen der Schöpfung mal wieder so ein bisschen wuschig werden? Dann hör jetzt mal ganz genau zu. Manchmal sind es die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten, die man oft vielleicht im Alltag vergisst oder die man lange nicht mehr gemacht hat oder an die man einfach nur mal wieder erinnert werden muss, damit man wieder weiß, ah, genau, das war's ja. Damit kriege ich meine Herzensdame oder meine mögliche zukünftige Herzensdame mal wieder so richtig auf Touren. Hand aufs Herz, mein Lieber. Hand aufs Herz. Wann hast du das letzte Mal für deine Liebste gekocht? Ist schon ein Weilchen her? Ja, mein Freund, dann wird's mal wieder Zeit. Und by the way, damit meine ich nicht grillen oder irgendeine Tiefkühlpizza in den Ofen schmeißen, ich meine schon richtig kochen. Wenn du eine Lady zu dir nach Hause eingeladen hast und du bist Mann genug und selbstbewusst genug und sagst, weißt du was, heute Abend koche ich für dich was Schönes, dann kann es unter Umständen sein, dass die Lady dir direkt die Kleider vom Leib reißt. Vorausgesetzt, dass sie mir das schmeckt auch. Denn die veraltete Denkweise, dass Frauen an den Herd gehören oder in die Küche gehören, die ist, wie gerade schon gesagt, tatsächlich veraltet. Und ich kann dir jetzt schon mal bestätigen, dass sofern du was halbweg annehmbares kochst, die Frau sich definitiv geschmeichelt fühlt und das definitiv super ankommt. Tipp Nummer 2. Make it a little bit romantic. Stell einfach ein paar Kerzen auf. Nimm einfach ein paar Kerzen, einfach mal anmachen. Das gibt direkt so ein bisschen romantisches Feeling. Und jetzt sagen wir mal, deine Frau kommt gerade nach Hause hin oder deine Freundin und du überraschst sie und die ganze Wohnung ist überall vollgestellt mit Kerzen und du hast auch noch gekocht. Ja, mein Freund, welche Frau findet das nicht gut? Und wenn es um romantische Stimmung geht, da darf natürlich die passende Playlist natürlich nicht fehlen. Ist doch klar. Und jetzt stell dir mal folgende Situation vor. Du überraschst deine Frau Freitagabends. Du hast gekocht, die Kerzen sind aufgestellt, es läuft schon romantische Musik im Hintergrund. Welche Frau wird nicht dahin schmelzen? Ich kann dir jetzt schon mal garantieren, den Nachtisch brauchst du nicht mehr kochen. Vierter Tipp. Nimm die Frau an die Hand oder an der Hüfte und zeig ihr den Weg. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel in einer Bar bist oder sonst wo auf einer Veranstaltung und du nimmst die Frau an die Hand und gehst vor und zeigst ihr den Weg oder geleitest ihr, geleitest sie durch den Weg durch. Das strahlt eine gewisse Dominanz aus. Du leitest den Weg, du bist der Leader und du hast Körperkontakt. Und das strahlt natürlich auch nur eine gewisse Art Schutz für die Frau aus. Und ich kann dir jetzt schon mal garantieren, bei Körperkontakt und Dominanz, du bist der Leader, absoluter Turn-on für jede Frau. Und by the way, damit meine ich nicht, dass du die Frau irgendwo betatschen sollst, sondern du bist der Leader und ein Gentleman und du zeigst ihr den Weg. Du bist handwerklich überhaupt nicht begabt und hast irgendwie zwei linke Hände? Schade, mein Freund. Frauen stehen ja nicht da drauf, wenn dein Mann handwerklich begabt ist. Egal, ob es einfach ein Bild an die Wand hämmern ist oder ob man grundsätzlich einfach mal anpacken kann. Frauen stehen darauf, wenn Männer handwerklich begabt sind. Das ist Fakt. Vielleicht kennst du ja noch die Coke-Light-Werbung aus den 2000ern, wo immer irgend so ein leicht begleiteter Handwerker, egal ob es ein Fensterputzer war oder ein Bauarbeiter war, der ist dann irgendwann mit so einer Kiste Coke-Light in ein Büro rein oder hat seine Coke-Light getrunken. Und was ist passiert? Der ganze Frauenschwarm in dem Büro hat sich umgedreht zu diesem Handwerker oder zu diesem handwerklich begabten Typen und die konnten ihre Augen nicht mehr von ihm lassen. Und eins kann ich dir garantieren. Coca-Cola hat das nicht nur aus irgendeinem Grund gemacht, sondern genau aus dem Grund, weil Frauen auf handwerkliche Typen stehen. Und du musst jetzt nicht der nächste Bock der Baumeister werden, sondern es ist ja auch schon ganz wichtig, wenn man einfach mal so einen Hammer in die Hand nehmen kann und ein Bild an die Wand nageln kann. Denn vielleicht bleibt es da nicht nur bei den Bilden. Tipp Nummer 6. Gute Kleidung. Einer Frau fällt direkt, wirklich direkt auf, ob ein Mann sich mit dem Outfit auseinandergesetzt hat oder halt eben nicht. Und du musst jetzt nicht der nächste Fashion-Guru werden oder der nächste Instagram-Blogger werden, ganz im Gegenteil. Du solltest einfach die Grundregeln so ein bisschen drauf haben und einfach verstehen, wie du deine Outfits gut miteinander kombinieren kannst. Und wenn es um die Grundregeln geht, dann check einfach mal den Men's Style Guide aus. Da bekommst du einfach ein paar gute Guidelines an die Hand, damit du einfach dich in diesem Thema so ein bisschen besser zu Hause fühlst. Und das kannst du später dann auch richtig ausstrahlen in der richtigen Klamotte. Und mit dem Gutscheincode DALENCORDE20 bekommst du 20% Rabatt auf dieses E-Book. Kannst du dir ganz einfach auf Smartphone runterladen und schon weißt du ein bisschen mehr. Heißt, wenn du ein Mann bist, der sich gut kleidet, beziehungsweise mit Intention kleidet, und damit meine ich von Kopf bis Fuß inklusive Accessoires, das hinterlässt Eindruck bei einer Frau. Du möchtest doch bestimmt auch, dass deine Frau, beziehungsweise deine zukünftige Herzenssame gut riecht, oder? Und genau das wollen die Frauen von uns Männer natürlich auch. Heißt, wenn du gut riechst, das macht natürlich Eindruck und das tönt natürlich eine Frau an. Ich meine, du darfst natürlich nicht riechen wie so ein Tigerpuff und extrem eingedieselt sein, sondern es soll ein guter Duft sein. Und es gibt tatsächlich sogar ein paar Duftnoten, die machen die Frauen der Schöpfung tatsächlich so ein bisschen wuschig. Und falls du dir gerade vielleicht so ein bisschen unsicher bist und nicht weißt, auf welche Düfte die Frauen vielleicht stehen, kein Problem, Onlinebruder Korte verlinkt dir ein paar gute Düfte, auf die die Frauen stehen, unten in der Infobox. Tipp Nummer 8, eine Frau an sich heranziehen. Was meine ich damit? Wenn du zum Beispiel auf ein Date verabredet bist in einer Bar und du merkst, alter Schwede, das läuft wie ein Länderspiel heute. Ja, dann kannst du auch mal Mann genug sein und die Frau einfach so ein bisschen an dich heranziehen. Das macht eine Frau sowas von an. Warum? A. Körperkontakt. B. Dominanz. Weil auch hier, wie beim Geleiten durch die Menge, zeigst du, dass du der Leader bist. Und C. Du zeigst, dass du Eier hast. Und welche Frau steht auf diese drei Aspekte nicht? Aber mein Freund, denkt dran, bitte nur, wenn es die Situation zulässt. So Leute, ich hoffe, ihr konntet euch aus dem heutigen Video ein bisschen was rausziehen. Ich wünsche euch da draußen ganz viel Spaß bei euren Dates und ich hoffe, dass jeder von euch irgendwann seinen richtigen Partner an der Seite haben wird. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.